Musik 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 Das ist ja gar nichts Ding dong dong Habt ihr gehört die Klocken? Voll realistisch, oder? Das warst du. Das warst du. Du hast das nur nachgemacht. Ich glaube das gar nicht Glaub ich dir nicht Mann. Hast du nicht gehört das es echt war? Das ist Traktor neben mir. Mit dem fahr ich jetzt weg. Soll ich das nochmal machen? Ding ding Gang die Schuhkloppe Stühlerzeit Das ist schon wieder Instant kill, gell? Klar Bin doch im Spül hat er geschrieben. Mit ü Im Spül, oder? Im Spül. Wer ist denn hier so dreist? Hä? Wie kann ich mich nochmal teleportieren? Was soll das denn? Alle höchst konzentriert. Warum blendet denn das? Es hat mich am Anfang schon ziemlich geblendet. Wirklich? Ja, ich hab nur weggeschaut, das war mein Vorteil. Also es wurde immer heller. Einfach wegschauen. Den Dirk, den du da drauf hast, die wissen, was du da genommen hast. Mit dem Scheiß. Wenn man den Generator macht, dann raucht es einfach nur die ganze Scheiße. Das weiß man nie, was der Philip genommen hat, ey. Ja, er hängt ihn im Keller. Das ist ja ein Apfel. Und jetzt kommt er. Ja. Ja, moin. Bist du für Hund? Wie kackendreist, dass ich einfach in den gleichen Automaten setzt. Moin. Oh, ich soll dich vielleicht erstmal aufhängen, bevor ich jetzt die Kacke mache. Ja, gut. Ein richtiger Sauberlehrling, ja. Ich bin freiblich. Ja. Wenn das klappt, alle beide freien. Ich bin runter. Hä? Wo? Wie gefallen die Haken in meinen Linderei? Ja. Ey, warum hast du das nicht überlebt, du Idiot? Setz dich schon wieder an den Generator? Ich bin runtergekommen. Waaaaaah. Ich sag's noch, ey. Wache, fiss dich doch. Ja, da sind die Zacken schon in meine Eingeweide reingebringt. Äh. Wer hat jemand! Ich hab jetzt seine Eingeweide reingebringt. I BENTER. Ich hab' da und eroped. Ich hab' ML granting. Das will einfach ge dopamine. Immer mehr für euch. Ja, aber das Perk, was ich drin hatte, ich wollte mal ausprobieren, weil ich es nicht ganz verstanden habe, mit den Generatoren. Ja, das ist gemein. Ja, ich glaube, wir müssen Perks ausstellen, die sind alle zu OP. Ich habe einen Perk drin, da steht, bei großartigem Fähigkeitscheck in der Generator 5% zurück. Ne, bei guten 5% zurück und bei großartigem bleibt es auf der Stelle. Die Perks sind so OP am Ende. Ja, komm, der hat jetzt einfach noch einen Spül. Ich wollte meinen, der Killer wechselt mal und der lädt uns mal ein.